Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Meine Frau hat sich eine Kleinigkeit gewünscht und ihr Wunsch ist mir natürlich Befehl. Eine Mozzarella Bacon Bomb. Also so ganz ohne Hack, dafür mit extra viel Käse. Wie das genau funktioniert, das seht ihr jetzt. Dazu brauchen wir ein paar klein gehackte Tomaten. Ich habe jetzt hier Kirschtomaten gewählt. Diese schneiden wir erstmal in Hälften. So, die Hälften dann in Viertel. Und die Viertel dann nochmal klein machen. Das wäre nach Möglichkeit, wie klein gehackte Tomaten haben. Aber halt frisch und saftig. Und dann tun wir die Tomaten erstmal hier rein. Ich gehe davon aus, dass es genug ist. Bin ich, ich habe hier noch ein paar mehr. Als nächstes brauchen wir ein bisschen frischgezupften Basilikum. Weil das Aroma von frischgezupften Basilikum einfach deutlich besser ist als von trockenem. So. Ich hätte jetzt auch Pesto nehmen können. Aber ich wollte frischen Basilikum. Ja, das reicht schon. Das kommt dann hier zu. An das Ganze kommt ein bisschen Pfeffer. Die Mozzarella. Nehmen wir. Schneiden vorsichtig einen dünnen Deckel ab. Und dann, Moment, ich nehme mal ein anderes Messer. Mit einem Spitzenmesser hüllen wir das Ganze aus. So, einmal. Hier geht aber noch was. So, dass wir hier eine schöne Kuhle drin haben. Das, was übrig ist, schneiden wir kurz klein. Hätte ich jetzt besser auch das große Messer genommen. Und schmeißen das mit, hier in die Tomaten. Wobei, so viel braucht man gar nicht. Das sieht ja schon fast aus wie ein Bacon-Netz. Nein, ich weiß, es ist kein Bacon-Netz. Bacon-Netz mit geflochten. Brauche ich aber auch nicht. So, dann das, dann ein Löffel. Schauen wir mal schön, was da rein. So. Dann machen wir den Deckel drauf. In dem ursprünglichen Rezept, was ich gesehen habe, ist der Mozzarella einfach nur halbiert worden. Das fand ich persönlich sehr unglücklich. Weil die Füllung dann in der Mitte rausläuft. Ich habe wirklich gesagt, ich mache nur einen Deckel. So, und dann das Ganze schön stramm ziehen. So. So, dann hier. Einmal. Zweimal. Zweimal. Tja. Da ist der Bacon jetzt so in schönen, großen Schichten drum. Den stecke ich nicht mal fest. In der Hoffnung, dass er so bleibt. Das geht gleich in den Backofen. Und dann seid ihr wieder dabei. So, Bällchen sind gerollt. Die sehen jetzt so aus. Ich habe zwei verschiedene Schichten, habe ich dann festgestellt. Gleich geht es in den Backofen ab. Ich muss jetzt erst meine Tochter abholen. Und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt war ich kurz draußen, habe meine Tochter abgeholt. Jetzt können wir weitermachen. Deswegen sind die Haare jetzt auch ein bisschen komisch an den Hut an. Oder beziehungsweise meine Mütze. Jetzt nehmen wir uns die Liga. Gucken wir mal. Da ist der Backofen. Den habe ich jetzt auf 200 Grad vorgeheizt. Da kommen die jetzt ein. Und dann lassen wir die ein bisschen anknuspern. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann nehme ich mir mal ein Messer. Dann schneide ich es einfach mal an. Das sieht einfach genial aus. Schnell, damit es nicht kalt wird. So, wenn euch das genauso gut gefallen hat wie mir, lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gut gefallen hat, sagt mir, warum es euch nicht gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Und nicht vergessen, die Glocke anklicken.